Hallo und Willkommen zurück zu Pirates. Wir sind in Curacao, das ist an der südamerikanischen Küste bzw. in der Insel davor und wir segeln jetzt aber davon, denn unser Erzfeind oder einer unserer zahlreichen Erzfeinde namens Baron Raimondo macht hier wieder mal die Küste unsicher. Er ist, äh, da ist er auch schon. Ich dachte jetzt schon, den müssen wir jetzt lange suchen, aber da ist er schon. Hallo? Raimondo, Klammer, böse. Ich bin Panda, Klammer, gut. Ja, spanische Kriegskaleone Medea mit Baron Raimondo an Bord. Ja, ein lahmer Pott hier, ein lahmer Kahn eigentlich. Ähm, wie immer kein Problem für uns. Wir nähern uns jetzt einfach hier auf leisen Sohlen, weichen den Geschützen halt einfach elegant aus, kein Thema. Und müssen nur noch die Bordwand erreichen, um zu entzannen. Das war jetzt knapp. Ähm, wobei, ja, das hätte jetzt auch nicht so viel gemacht. Ein paar Treffer hält das Boot ja doch aus. Ja, Raimondo, wir nehmen unser Rapier oder Rapie oder wie auch immer das heißt und er kommt wieder aus seinem Versteck unter Deck hervor, dass der hier auch immer ein neues Schiff kauft. Ich meine, wenn ich ständig von irgendwen überfallen würde, würde ich irgendwann sagen, naja, dann bleibe ich halt in der Stadt drin, anstatt hier ständig irgendwo auf einem Schiff immer rumzufahren. Oder ist es gar nicht sein eigenes? Weil es ist immer das Gleiche, es ist immer so ein... immer gleich ausgestattet, immer dasselbe Modell sozusagen. So, das war's auch schon wieder. Das ist nämlich echter Hammer, wie sehr diese drei Items, also perfekt ausbalancierte Schwerter, das ultrabauschige Seidenfechthemd und dieser doppelt gepanzerte Harnischow, wie immer das heißt. Und wie sehr das einem beim Fechten hilft. Ja. Und wir kriegen eine super sinnlose Information dazu. Wo ist denn dieser Großvater? Das muss irgendwo ziemlich weit im Inland sein. Okay, also wir müssen den Raimondo noch einmal holen, finden. Ich frage mich ja, wieso wir nicht einfach immer von dem die ganzen Karten gleich bekommen können. Warum man da immer so blöd herumtun muss, das ist ja, das nervt ja. Der wollte nach Caracas, weißt du was, wir fahren auch immer nach Caracas und überfallen die Stadt. Dann fahren wir nach Santa Patientia und holen uns den nächsten Hinweis. Oder nach San Nicolas holen uns den nächsten Hinweis auf den nächsten Raimondo. So, Moment, ich muss mal kurz Pause machen. So, bin schon wieder da und Caracas ist auch da. Nämlich direkt vor unserem Bug und die schießen, ach so, doch die schießen auf uns. Aber, das macht nichts, denn wir greifen diesen bescheidenen spanischen Hafen jetzt einfach mal an. Ich mach das jetzt, alter, die liegen ja mitten im Dschungel. Naja, egal, hilft ja nichts. Ähm, ich mach das jetzt einfach mal so, weil ich will ein bisschen die ganzen... Erstens mal die Mannschaft wieder ein bisschen dezimieren und außerdem möchte ich ganz gerne ein paar Städte Englisch machen. Denn bei den Briten, bei den Engländern, sind wir ja immer noch nicht, ähm, Herzog. Da sind wir, ich weiß gar nicht, was wir da gerade sind. Auf jeden Fall nicht Herzog und das wollen wir aber werden. Oder ich will's werden. Wo sind die Spanier? Sind die abgehauen? Okay, kann natürlich sein, dass sie jetzt erst zu sehen... Ach! Ah, hallo! Da seid ihr! Können wir auf die jetzt schießen? Nee, gar nicht. Ist natürlich auch ein bisschen blöd jetzt. Wenn man die jetzt hier rein stellt, können wir, glaube ich, schon schießen. Das wird auf einen heftigen Nahkampf rauslaufen. Aber immerhin sind wir in der Überzahl. Äh, wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann können die einen Flankenangriff machen. Ich weiß nicht, ob die das machen. Ich glaube, die meiden ganz gerne den Nahkampf. Nahkampf. Ach, jetzt können wir aber das Feuer eröffnen. Wir eröffnen jetzt mal das Feuer. Willkommen zur großen Feuereröffnung. Okay, die schießen erst mal. Das ist aber egal, weil wir in Deckung sind und so weiter. Kein Thema. Die schießen auch. Sind wir wieder in Deckung. Das ist kein großes Problem. Und die aus dem Wald schießen auch. Okay, so langsam wird's ein bisschen ein Problem, weil es halt zu viele sind. Aber... Ach, und das ist gut, dass die hier nämlich schießen. Dass die nicht... Ähm... Das ist eine gute Sache. Das ist nämlich immer ein bisschen ein Problem, wenn die... Ja. Wenn die dann angreifen. Weil, wenn die einen Flankenangriff machen, dann sieht's für uns mitunter schon auch schlecht aus. Aber dafür machen wir jetzt die Flankenangriffe. Das war jetzt gar kein Problem. Die Bukaniere hier schicken wir mal ein Stück hin vor. Jetzt könnten sie hier drauf schießen, aber... Ehrlich gesagt, das ist ja auch nicht das Wahre. Dann schon lieber hier drauf ballern. Ja, so mach ich das. Richtig viel Schaden. Äh, wie kriegen wir die jetzt in Reichweite? Ich würde jetzt die vielleicht sogar mal hier rum... Jawohl, das geht. Cool. Dann haben wir sie nämlich hier schon. Dann können wir hier auf diese kleinen... Auf diese kleinen Hühnerücken raufgehen. Und dann... Eigentlich sollte das dann kein großes Problem sein. Die schicke ich jetzt mal. Jaja, Schiffsoffiziere sind bewaffnet. Welch Wunder. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit diesen Piraten hier? Mit diesen Piraten. Die können wir eigentlich... Die sind in die Steine gelaufen. Das geht doch gar nicht. Was war denn jetzt los? Habt ihr das gesehen? Das muss ich gleich nochmal probieren. Das könnte ein Bug sein. Oh, ich dachte, ich könnte mit denen auch noch schießen, wenn ich sie bewegt habe. Aber offenbar nicht mehr. Okay, ja, natürlich, natürlich. Drauf losballern, aber habt ihr keine Chance mehr. Da hinten sind noch welche, die haben sich offenbar verlaufen. So, ihr bekommt mal... Eine Ladung Blei ab. Und mit denen hier... Das ist ja krass. Jetzt geht es nicht mehr. Gerade eben ging das. Da konnte ich hier in die... In die Steine laufen. Ich hab das jetzt nicht ganz durchblickt, was da passiert ist. Irgendetwas ist passiert. So viel steht fest. So. Ihr geht bitte mal hier in Deckung. Äh... Bikaniere. Okay, die können jetzt hier nicht schießen. Ähm... Vielleicht von hier. Aber dann haben sie keinen Zug mehr. Okay, das sind hier diese Dings da. Piraten. Boah, besser mal hierher, würde ich sagen. Ach, die können noch schießen. Okay. Ja. So ist gut. Jetzt sind die Spanier an der Reihe. Ja, die schießen jetzt da drauf. Na, okay. Von mir aus. Das ist aber sehr gut. Dann können wir sie von hier aus dann gleich angreifen. Äh... Unentschlossene Offiziere. So was kann ich gar nicht haben. Ihr habt volle... Ach, schon wieder. Hä? Ich hab eigentlich hier raufgeklickt und die sind hier in die... Das muss irgendein Bug sein. Gut, jetzt können wir aber auch einfach zu den Toren laufen. Geht schneller. Ihr habt die Fort-Tore erreicht. Fort mit den Toren. 4.500 Goldstücke. Nicht schlecht, aber... Offenbar haben wir nicht eindeutig genug gewonnen, um hier einen Engländer einzusetzen. Reden wir mal mit dem Spanier. Hallo. Wir haben eine Stadt eingenommen. Guten Tag. Ja. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das wird doch vielleicht überhaupt nicht interessieren, dass wir uns im Krieg befinden mit irgendwem. Voller Beunruhigung habe ich festgestellt, dass du meine Stadt geplündert hast. Tja. Freikaufen könnten wir uns jetzt... Das werde ich ganz sicher nicht machen. Auf Wiedersehen, Herr Panda. Ja, gehen wir mal in die Schenke. Holen wir uns ein paar Spanier hier. Die kennen sich schon aus hier. Da kriegen wir jetzt immer recht viel. Das ist super. Ein geheimnisvoller Fremder. Bietet euch eine mystische Inka-Salbe an. Was die immer mit den Inkas haben. Die Inkas waren nicht in der Karibik. Die waren da unten in Südamerika. Ganz wo anders. Panda, damit könnt ihr euer Leben verlängern. Für nur 4.200 Goldstücke gehört sie euch. Ja, das ist so, wie wenn man Spam kriegt, wo drin steht Viagra. Also quasi Karibik-Spam hier. Neuzeitlicher Karibik-Spam. Mystische Inka-Salbe. Mystische Inka-Salbe. Jetzt ganz billig online bestellen. Ich nehme es. Soll doch einer sagen, Spam wirkt nicht. So, ja, der Blackbeard kann sich beim Duell... ...Pfeilschnellducken. Oder schneller Stoß. Okay. Von mir aus. Ja, irgendwelche Töchter sind schön. Das wissen wir schon. Wir haben schon eine gefunden. Da haben wir uns schon festgelegt. So, Geschütze. Okay, da können wir einige loswerden. Das brauchen wir jetzt nicht. Verkleinern wir gleich mal unsere Flotte. Und dann holen wir uns den nächsten Raimondo-Tipp ab. Und dann würde ich sagen, versuchen wir den auch zu finden. Ich möchte endlich den Großvater befreien. Ich möchte diese Verwandten-Quests endlich mal erledigt haben. Gehen wir noch zum Schiffsbauer. Die Kriegsgaleone können wir verkaufen. Die Fregatte behalten wir. Und die Brigantine hier. Kriegsgaleone. Die könnte man eigentlich verkaufen. Die 9 Tonnen. Die können wir ja einfach mal über Bord werfen. Auf die 3 Goldstücke kommt es jetzt auch nicht mehr an. Das reparieren wir mal. Es kostet jetzt natürlich ein bisschen was hier bei den Spaniern. Aber was soll's. Können wir jetzt eigentlich die Stadt nochmal überfallen? Ja. Aber nee. Machen wir nicht. Alter. Die schießen ja wirklich auf uns. Ja. Da müssen wir jetzt zur nächsten Jesuiten-Mission fahren. Und die werden uns sagen, wo der nächste Raimondo zu finden ist. Beziehungsweise wohin der Raimondo wieder sich hin verschlagen hat. Und das finde ich ja immer so ein bisschen krass irgendwie. Oder so ein bisschen. Wie soll ich sagen. So. Das ist so irgendwie so. Dass dieser Raimondo, der taucht immer wieder auf. Ich hatte anfangs die Theorie, das sind viele Raimondos. Aber es ist doch wohl derselbe. Ähm. Und dann. Ja. Und dann muss man den immer wieder finden für einzelne Kartenteile. Warum kriegt man nicht alles gleich von dem? Also ich meine. Ist schon klar. Damit man es eben. Damit das Ganze sich über das Spiel länger hinzieht und so. Aber da hätten sie das irgendwie ein bisschen vielseitiger machen müssen. So. Dass er immer sagt. Ja. Hey. Ich habe nur ein Stück der Karte. Aber mein Verwandter. Da hätten sie halt irgendeinen anderen spanischen Baron nehmen müssen. Ein bisschen anderes Modell oder so. Also Charaktermodell. Ein bisschen andere Haarfarbe oder so. Der hat das nächste Kartenstück. Dass das nicht immer der gleiche ist. Das fand ich irgendwie immer so ein bisschen komisch. Dass man hier immer denselben jagt. Okay. In Cartagena ist er. Und das ist hier. Na. Da werden wir uns aber sofort dorthin auf den Weg machen. Und auf den Weg vielleicht ein paar spanische Städte überfallen. Ha 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 ha. Das wird lustig. Hier ein holländisches Schiff. Die Lassmar war in Ruhe. Die Holländer mögen wir. Besatzung wird jetzt natürlich langsam schon unzufrieden. Das heißt wir müssen sie dann mitunter einfach dezimieren. Indem wir Städte angreifen. Was ja kein großes Problem ist eigentlich. Dann kriegen wir nämlich Gold. Und gleichzeitig. Und das ist die coole Sache. Reduziert sich unsere Mannschaft. Und dann wird sie natürlich auch zufriedener. Wir halten Kurs auf Puerto Cabello. Okay. Ich habe nichts dagegen. Rio de la Hacha. Da haben wir ja schon viel französisiert. Beziehungsweise irgendwie anderen. Nationen zugewiesen. Das ist ja auch krass, dass die Spanier das gar nicht zurückerobern versuchen. Oder nicht systematisch. Ich meine, ihre ganzen Städte haben wir schon vor ewigen Zeiten jetzt. Alter, da ist er. Da ist er. Der läuft uns einfach so über den Weg. Hallo. Wir kennen uns, glaube ich. Lieber Raimondo. Spanische Kriegskaleone. Wie heißen die? Irgendwas mit Asymptote oder so. Au. Wir müssen irgendwie... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, dem sind wir ausgewichen. Wir müssen irgendwie näher rankommen. Aber jetzt haben wir es, glaube ich. Jawohl. Hallo, Raimondo. Du kennst... Du kennst mich schon. Wollen wir per Du sein? Hallo, Raimondo. Sag mir mal deinen Vornamen. Ja. Ist er getroffen worden von unserer magischen Pistole auf Doom. Und... Oh. Okay, manchmal trifft er uns auch. Hier unten sieht man ja diese nette Vorteilsleiste. Die hängt, sag ich mal, auch stark mit dem Kampf zusammen, der im Hintergrund stattfindet. Man sieht ja, also bei uns werden die Leute weniger. Beim Raimondo allerdings auch. Und immer wenn wir oder er Leute verlieren, dann geht eben die Vorteilsleiste auch bei uns oder bei ihm ein bisschen weg. Aber jetzt haben wir ihn schon. War ja nicht schwer. Ja, bla bla bla, Großvaterkarte. Wenn das jetzt aber... Umgebung von St. Augustin absuchen. Schwarze Schriften. Na gut, damit haben wir aber... Da müssen wir halt wirklich St. Augustin. Da ist echt viel da oben. Das ist ja in Florida, wie jeder weiß. Das gibt es ja auch heute noch. Die Stadt war damals spanisch. Heute gehört sie zu den Vereinigten Staaten. St. Augustin. Ja, da können wir auf dem Weg dann auch diesen Blackbird-Piraten da mitnehmen, sozusagen. Wir können natürlich den Raimondo jetzt noch einmal versuchen zu schnappen. Dann haben wir auch den letzten Kartenteil. Da müssten wir halt irgend so eine... ...nochmal irgend so eine... ...Jesuiden-Mission anlaufen. Wo ist denn die nächste? Wir sind hier... Santa... Santa Maradona. Santa Juliana ist hier oben. Hier ist Cartagena. Nombre de Dios. Panama. Ja, weißt du was? Weißt du was? Wir machen jetzt mal Städte-Überfall-Tour. Und gleichzeitig können wir bei den Engländern dann auch wieder Bonuspunkte sammeln. Wenn wir hier Puerto Bello und Cartagena und so weiter einnehmen. Und Panama. Da müssen wir von Landweg hin... Ich frage mich, ob wir das schaffen. Holen wir uns erst mal Mannschaft hier im... Na, Santa Marta eben. Blühender holländischer Handelsposten. Blühend heißt so viel wie reich. Und da kriegt man normalerweise nicht so viele Mannschaftsmitglieder. Aber ich hoffe jetzt mal... ...dass wir noch einiges bekommen. 20. Ja, okay. Willkommen an Wort, Jungs. Da ist schon wieder so ein... Sexist. Ja, da fahren wir Räder. Das ist billiger, wenn ich dazu... ...den Jesuiten fahre. Die machen es gratis. Ach du meine Güte. Ja, der Hauptmann, der Mache. Der Wache. Ja, das sage ich auch immer, wenn ich meinen Säbel ziehe. Suwan. Das ist koreanisch. Glaube ich. So, das mache ich jetzt ja nur, damit ich noch 10 weitere Mannschaftsmitglieder bekomme. Ich möchte jetzt nämlich... ...habe ich gerade eben beschlossen... ...noch ein paar Städte englisch machen, ein paar spanische an der Küste. Das verringert dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Raimondo und später dann der Mendoza... ...den kennen wir noch gar nicht. Das ist nämlich auch noch so ein böser Spanier, gegen den wir dann kämpfen werden müssen. Ähm. Dass der dann überall die spanischen Städte, diese abgelegenen, anfährt. Wenn die nämlich nicht mehr spanisch sind, dann muss er sich auf die verbleibenden spanischen Städte beschränken. Okay, jetzt können wir hier nochmal... Ja, ja, der Blackbird, der ist hier oben irgendwo. Ja, irgendeine Tochter ist schön. Toll. Alles Sexisten hier. Reparieren. Ähm. Okay, bisschen Fracht vielleicht verkaufen, wenn man das... Äh. Händler. Händler. Ja, die Geschütze, gut, da können wir auf jeden Fall reduzieren, weil... ...unser Kampfschiff hat ja 40 maximal, nehmen wir 44, haben ein bisschen Reserve. So, und hier, ja... ...wann auch noch ein bisschen weg, so, dass wir halt vielleicht da 170 sind runter und dann könnte man eigentlich noch eins der Schiffe verkaufen. 14 Tonnen, 14 Tonnen, 14... Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 1, 2, 3, 4, okay. Jetzt haben wir genügend verkauft, um eines dieser Schiffe noch loszuwerden. Nehmen wir mal die Maria Asubta, so hieß die. Die, hach, und die Queen Anne's Revenge können wir eigentlich mal aufrüsten hier. Kriegskalione, Kriegskalione und Abmarsch. Und dann würde ich sagen, da hinten ist noch Rio de la Hacha, das ist auch noch eine Stadt, die... ...ich glaube, französisch ist. Da holen wir uns jetzt auch noch ein bisschen Mannschaft. Die ist jetzt zwar unzufrieden, die Mannschaft, aber wenn wir dann spanische Städte überfallen, dann werden die sich schon noch zufriedensinieren, sozusagen. Dann werden die wohl hoffentlich zufrieden werden, wenn wir mehr Gold haben. Also, ähm, mit dem Gouverneur können wir natürlich mal reden, aber an sich sind wir eh schon Herzog. Also glaube ich nicht, dass wir da... Ja, 250 Morgen, das ist eh nur so eine blöde Zahl. Die recht unscheinbare Tochter, ja, ja. Der gebe ich jetzt nix, weil die sagt dann nur, der Raimondo ist irgendwo. Das kriege ich aber gratis von denen, ja. Ich hab nix. Tut mir leid. Der spanischen Stadtgebreiter soll mein Ultimatum übernehmen... Brü, das macht ja das selber. Mach's dir doch selbst. Ich hab keine Lust hier... ...durch irgendein blödes, dümpelndes Schiff zu begleiten, das dann eh nie ankommt. Ah, in die Schenke, da wollte man natürlich hin. Hello, hello, 22 Männer. Ja, ist okay, ähm... Hach, wieder mal was Cooles. Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch eine dreiseitige Geige an. Wo hast denn die geklaut? Das ist richtig so ein Dealer, der Typ. Der hat immer die besten Sachen dabei. Ja, verbessert die Moral der Besatzung auf langen Reisen. Können wir brauchen, nachdem wir jetzt ja gesehen haben, dass unsere Besatzung schon ein bisschen unzufrieden wird. 1200 Goldstücke ist nicht so das Thema. Nehmen wir natürlich. Eine dreiseitige Geige, das ist ja der Hit. Besser als eine zweiseitige. Irgendwo soll eine Handelsgalione sein. Ja, die lassen uns jetzt aber in der Ruhe. Ich nehme mir lieber die Städte. Das ist spannender. Ja, jetzt hör doch auf mit der blöden Tochter von Margarita. Du hast zu viel Cocktails gesoffen. So, hier haben wir nichts mehr zu erledigen. Also, weg und... Ich glaube, das wird jetzt angegriffen, dieses Ultimatumsschiff. Aber das ist ja irgendwie komisch. Die wollen, also die überbringen ein Ultimatum. Das bedeutet, wenn das Schiff ankommt, herrscht Krieg zwischen den beiden Mächten. Das ist sozusagen, wenn ich jetzt als Spieler will, dass zwischen denen Krieg herrscht, weil das mir irgendwie zum Vorteil gereichen würde, dann sollte ich das eskortieren. Jetzt wird aber dieses Schiff von den Spaniern auf dem Weg versenkt. Das müsste ja eigentlich erst recht zu Krieg führen, aber nee, führt nicht zu Krieg. Das fand ich immer ein bisschen seltsam. Aber was soll's? Müssen wir uns dran halten? 344... Oh, gegen 500 Soldaten. Das können wir aber mal wagen, würde ich sagen. Denn mit ein bisschen Taktik müsste das eigentlich machbar sein. Das wird aber dann eine schwierige Schlacht. Ich würde sagen, wir machen das. Aber in der nächsten Folge und bis dahin verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.